Spass! Ich führ's kaputt! Das Fahrzeug fährt nicht mehr! Feuer verdammt! Es ist noch nicht vorbei! Und da soll ich noch nach Hoboken am Ende der Welt! Ihr habt ihn getötet? Nein doch nicht! Scheiße! Feuert los, ihr Trottel! Feuert los! Dann Feuer! Schieß! Wie schieße ich denn auf dem Fahrzeug? Geh' mir aus'n Weg! Hey, Polizei! Hallo! Nein, so doch nicht! Toll, leise dich zusammen! Wir brauchen die Karte! Na toll, naja, versuch! So lief's ja nicht wirklich gut. Ähm... Ich fahr am besten... Naja, verdammt! Eine andere Route kommt einfach nicht in Frage! Okay! Das wäre ein mega Umweg, wenn ich jetzt eine andere Route fahren würde! Aber diese Freaks! Oh je! Okay! Für kommt's ja auch... Ich weiß jetzt nicht, aber... Okay, bis jetzt läuft das... Ich weiß jetzt nicht, aber... Wichtig ist, dass ich nicht verfolgt werde von irgendwelchen... ...Psycho! Da kommt auch schon einer! Ja! Oh! Willst du, dass ich draufgehe? Dann schieß verdammte Scheiße! Bitte! Ich würde's ja gern tun, aber ich fahre! Pass bloß auf! Oh! Willst du, dass ich draufgehe? Pass bloß auf! Los! 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 Die Mützen würde ich aussteigen und die gleich erschießen! Die Munition können die Polter doch gar nicht haben. Ich bin gleich da, verdammt. Das schlafe ich aber noch. Nein! Wie kann das... Wie kann das passieren? Dann schieß! Bitte schieß! Ey Sammy, hilf mal ein bisschen! Passt doch auf! Passt doch auf! Achtung! Passt bloß auf! Ey, das kotzt sich ja so richtig an. Die Typen sind anhänglich für die Klepp! Oh, willst du, dass ich draufgehe? Jetzt halt deine Kappe vor, Uli, bitte! Hier hab ich ne gute Chance! Ich schaff das! Passt doch auf! Blech da! Fuck! Versuch's zur Abwechslung mal mit dem Lenkrad! Ich schaff brenzen! Das war jetzt! Gib das an! Nein, die Luft brenzen! Die auch so scharf! Haha, geil! Ich hab's geschafft! Ja! Aus dem Weg, Herr Poser! Okay, das wär's! Geil! Mein Herz! Wow! Sieht aus, als wäre Morello uns mal wieder in die Quere gekommen, Boss! Wir können das Pech offenbar nicht abschütteln! Jungs, ihr werdet es nicht glauben, aber diesmal ist es anders herum. Der Einzige, der dieses Mal Pech hatte, war Morello. Was? Ich habe herausgefunden, wer unser Mr. Gates war. Und? Gates kam gar nicht wirklich aus Kentucky. Er war ein kleiner Dieb, der Morellos Ware geklaut hat und sie an uns weiterverkaufen wollte. Morello weiß nicht, dass er uns einen Deal versaut hat. Er glaubt, dass wir eine Ladung seines teuersten Whiskys geklaut haben. Ich wette, der Bastard ist jetzt glücklich. Unglaublich! Also war Bill nicht mehr als ein gerissener Gauner, der andere Gauner bestiehlt. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Darauf trinken wir! Auf einen weiteren Erfolg, Jungs! Salute! Salute! Und kommen wir zur nächsten Mission. Nach diesem Gespräch. Und das Ende der Prohibition 33. Das haben Sie wohl auch nicht gerade gefeiert, ja? Das Ende der guten alten Tage. Ja, nicht gefeiert, aber es war nicht nur schlecht. Sarah und ich konnten endlich heiraten und wir bekamen eine Tochter. Es war eine gute Zeit. Aber die Geschäfte gingen weiter. Während der Prohibition hatten wir einen Haufen Geld verdient, das wir jetzt in andere Deals investierten. Viele von denen waren legal. Wir hatten reguläre Unternehmen wie Bau- und Transportfirmen, Restaurants. Wir leiteten Gewerkschaften. Und natürlich gab es das Glücksspiel, die Wetten, die Lotterien. Es ging uns eigentlich wirklich gut. Wir versuchten die Finger von Drogen zu lassen, auch wenn das nicht immer einfach war. Kommen Sie, Geschäft ist Geschäft, oder? Da liegen Sie völlig falsch. Die Cosa Nostra ist nicht wie die Japaner oder Chinesen. Drogen bringen vielleicht eine Menge Kohle. Mit Drogen kommt das ganz große Geld, aber noch größere Probleme. Wenn jemand wegen Drogen ein Problem mit der Polizei kriegt, kann er nur eins tun, es zugeben. Sonst schnappt ihn seine Familie und macht ihn kalt. Drogen sind tabu. Ja, klar. Gibt es so etwas wie ein hohes Tier, das darüber urteilt? Sowas in der Art. Die führenden Familien wählen einen obersten Chef. Die kümmern sich um die großen Probleme und stellen die Spielregeln auf. Also haben Kriminelle ihre eigenen Gerichte, die Gesetze machen und Urteile fällen? Das ist ja großartig. Gesetze sind nicht unabänderliche heilige Worte. Jedes Land der Welt hat seine eigenen. Es muss nur jemand mit einer Menge Macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Es hängt von dem Menschen ab, ob sie ihm blind gehorchen oder tun, was sie selbst wollen. Warum sollte sich der Don einschränken? Die Mafia hat die Prohibition mit ihren eigenen Gesetzen überstanden. Eine Handvoll armer, ungebildeter Einwanderer aus Sizilien war stärker als das Gesetz, die Gerichte und die Polizei hier in den Staaten. Das erforderte großen Einsatz. Was mit Morden? Mit dem Leiden, das sie verursacht haben? Kommen Sie! Glauben Sie, dass die Mafia nur unschuldige Menschen umbringt? Die Mafia bestraft diejenigen, die Gesetze brechen. Und die Mehrzahl ihrer Gesetze auch. Leider können wir niemanden ins Gefängnis stecken oder Bußgelder kassieren. Jeder, der kommt und für uns arbeitet, weiß, was ihn erwartet, wenn er das Gesetz bricht. Menschen lügen und stehlen und es gibt jede Menge Ganoven, die sich etwas darauf einbilden, dass sie die Mafia bestohlen haben. Genau wie die Mafiosi, die sich darüber freuen, dass sie den Staat übers Ohr gehauen haben. Und was ist mit all den Bestechungen, Raubzügen und Überfällen, ha? Hey, die Bullen sind auch keine Heiligen. Kein Don schickt seine Männer los, um Leute zu erschrecken. Und was die Leute für sich tun, geht uns nichts an. Und die Bestechungen? Die meisten Leute kommen von allein zum Don und bitten um Rat und Hilfe. Und sie zahlen gerne dafür. Der Don ist eine geachtete Persönlichkeit. Aber nicht jeder Don ist wie Don Salieri. Das ist die Wahrheit. Na bitte. Ihr System funktioniert, aber wissen Sie warum? Weil ihr eine Bande selbstsüchtiger Mörder seid, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. All der Einsatz nur, damit ihr wie die Schweine in der Scheiße leben könnt. Deshalb seid ihr so erfolgreich. Ihr kümmert euch nur um euresgleichen. Wir kümmern uns um alle. Ein paar Bullen müssen Recht und Ordnung für alle schützen. Und das ist ein viel härterer Job. Das ist wahr. Aber der Don braucht ihren Schutz ganz sicher nicht. Er kann selbst auf sich aufpassen. Und was ist mit ihnen? Warum sitzen wir hier? Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pipes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen weg. Oh, ich fahr mit einer Supercarre zum Mittagessen. Pipes Restaurante. Hey, die Carre ist ja ein echter Traum. Wir sehen uns beim nächsten Part, Leute.